Für uns ist die Cloud im Grunde genommen eine zukunftsweisende Architektur, wenn man in der Media Entertainment Industry sich der Vergangenheit einfach bewusst wird, wo zum Beispiel Kapazitätsschwankungen, also man hat Anforderungen, man hat mehr Kanäle, die man ausspielt, man hat mehr Senderreichweite, man hat mehr Besucher, man hat andere Kanäle, die man bedient. Diese Kapazitätsanforderungen wurden in der Vergangenheit über klassische Hardware-Anforderungen abgedeckt. Man hat in Planungsprozessen auch die Hardware beschafft, man hat die aufgebaut und man hat immer maximal geplant. Das heißt, man hat mit entsprechenden Peaks als Maximalabdeckung geplant, um eben nicht in entsprechenden Bottlenecks oder Engpässe reinzulaufen. Und demzufolge sucht man auf den modernen Architekturen Wege diese Peaks, diese Lastspitzen, über skalierbare und damit meine ich hoch- und runterskalierbare Architekturen, Infrastrukturen abzubilden. Und diese Thematik einer skalierbaren, einer modernen Architektur, die sich dynamisch an entsprechende Kapazitäten andeckt, das verstehen wir unter einer Cloud-Infrastruktur im Broadcast, im Mediaumfeld. Und wir haben mit der KIP-Plattform eine Basis geschaffen, eine Cloud-Application-Management- und Infrastruktur-Orchestration-Management-Plattform, die sich dem Ziel gesetzt hat, die Applikationen, sprich die klassische Supply Chain von der Content Creation über die Produktion, über den klassischen Media-Supply Chain bis hin zur Distribution abzubilden, zu integrieren, dass ich dann Kanäle hochfahren kann. In der Cloud-Architektur ist das innerhalb von wenigen Minuten passiert. Und das Ganze eben ohne, dass ich vorher Hardware vorsehen muss oder beschaffen muss. Und das Zweite ist das Thema Remote-Editing oder Cloud-Editing. Im Idealfall bei dem Thema Cloud-Editing haben Sie eine Editing-Software, die vielleicht auch schon in der Cloud sitzt. Und man hat typischerweise auch noch eine Projektmanagement-Software oben drüber, um entsprechend dezentrale Teams zu steuern. Das per se hat jetzt noch keine Anforderung an eine KIP-Plattform oder an eine Orchestrierungsplattform, sondern wenn man das ganze Thema Editing, wie ich es gesagt habe, auch ganzheitlich denkt, dann kommen so Themen wie Latenz dazu, dann kommen so Themen wie Security-Anmeldung, gerade wenn man im Homeoffice eben nicht in einer geschützten Umgebung ist, also sprich User-Authentifizierung, dann ist auch das Thema, wie verwalte ich die virtuellen Maschinen. Und da kommt KIP ins Spiel, weil auf dieser Plattform werden diese Applikationen integriert, sie werden orchestriert über Workflows, das heißt, automatisch wird zum Beispiel ein Image erzeugt, wenn ein neuer Editor startet und man kann auch sagen, was brauche ich für Plugins für Adobe, was brauche ich für eine Software, in welcher Gruppe ist er Mitglied. Es wird entsprechend die Berechtigungen des Active Directories, also sprich der Authentifizierung erzeugt. Es wird quasi der Benutzer-Storage in dem Teamspace erzeugt. Es werden aber auch entsprechende Content-Streams orchestriert, also zwischen verschiedenen Projektfoldern und die entsprechende Software auch für die Benutzung in der virtuellen Umgebung bereitgestellt. Man bekommt quasi ein einheitliches Erlebnis, ein einheitliches Nutzererlebnis, ohne dass man merkt, dass im Hintergrund vielleicht sieben, acht, neun Applikationen orchestriert werden müssen und zusammengespielt werden müssen und am Ende des Tages sieht der Nutzer aber eine Login-Fläche, einen Browser, eine Oberfläche und hat ein sehr einfaches Benutzererlebnis und KIP im Hintergrund ist dafür da, dass aber alles auch technisch reibungsfrei läuft, dass Daten ausgetauscht werden, dass die Flows orchestriert werden und die Applikationen genau das zum richtigen Zeitpunkt tun, was sie tun sollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017